Schnell, los, Schub! Falten wir die Schaffel. Zaubere Einsätze. Bauer eine Gittertür zusammen. Kitty wird sich in ihrem neuen Transportmittel sehr wohl fühlen. Prinzessin Sophia macht sich bereit für die Reise. Kitty bereit für Abenteuer? Spring in den Wagen. Warum dauert das so lange? Kitty versteckt sich unter dem Bett. Komm zurück, braves Kätzchen. Es ist Zeit zu gehen. Die Prinzessin geht in den Laden. Ich muss mich mit Snacks eindecken. Ich nehme das für unterwegs mit. Bezahlst du mit Bargeld? Ja, ich bin in Eile. Alles bereit, wir müssen nur noch auf den Bus warten. Kitty, jetzt können wir uns entspannen. Oh nein, ich habe die Katze vergessen. Oh nein, sie haben die Box vergessen. Oh, mein flauschiger Kumpel. Danke. Zeit für den Aromadiffusor. Oh, ein perfekter Deckel. Stecke einen Sushi-Stick ein. Das ist ein pinker Stick. Lass uns das Bushaltestellenschild aufstellen. Wohin fährt der Bus von hier aus? Hier ist die Bushaltestelle. Der Bus hält an. Keiner da? Hello. Lauf, warte auf mich. Elsa wartet auch auf den Bus. Bitte nehmt eure Plätze ein. Alles kalt. Beeilt euch. Oh, es liegt auf meinem Weg. Der Bus fährt sogar unter Wasser. Das ist eine Unterwasserroute. Alles an Bord. Jippee. Sind wir pünktlich? Ja, das ist unser Bus. Die Prinzessinnen sind auf dem Weg. Prinzessin Peach. Nein, ich bin spät dran. Lasst uns ein paar Details für das Scharpapier vorbereiten. Klebe es zusammen, um einen Taschenrahmen zu bilden. Mach ein paar Griffe. Schnapp dir ein kleines Gefäß. Schneide ein Stück Draht ab und fädele einige Perlen auf. Neben der Tüte gibt es eine Menge Milchprodukte. Und Käse in Beuteln und verpackter Hüttenkäse. Oh, oh, was für ein Geruch. Irgendwas ist schlecht geworden. Die Oma eilt zur Bushaltestelle. Puh, geschafft. Wie lange noch? Der Bus leert sich. Warte, Schatz, ich komme. Was? Kein Platz frei? Lässt dir niemand eine alte Dame sitzen? Du Fräulein, rutsch rüber. Oh, was ist das für ein Geruch? Ich bleibe stecken, danke. Der Bus hat sich bewegt. Was für ein Gestank. Sollen wir ein Fenster öffnen? Schlimmer als eine stinkende Muschel. Omas Telefon beginnt zu klingeln. Was? Wo ist mein Telefon? Was habe ich hier? Fisch? Hm, Käse. Wo ist es? Wow, Oma hat ihre ganze Tasche geleert. Oh, hey, das sind Lebensmittel. Hallo, hallo, mein Schatz. Die Prinzessinnen drängen sich in der Nähe des Buseingangs. Oma bereitet sich fröhlich auf den Sitzen aus. Wie weit stört sie, während sie sich mit ihrer Freundin unterhält? Ja, Helga, ich bin auf einem Abenteuer. Oh, Bruna ist ständig. Wir können nichts tun, alle hier haben Tickets gekauft. Nimm etwas Pappe. Markiere die Tür mit einem Loch. Baue den Toilettenrahmen zusammen. Dekoriere die Wände. Jawohl, Farben. So gut wie neu. Der Deckel kann als Toilettensitz verwendet werden. Vergiss das Toilettenpapier nicht. Befestige die Tür. Die tragbare Toilette rettet den Tag auf der Straße. Die Reise dauert sehr lange. Schnell anhalten. Muss jemand auf die Toilette? Ich und ich und ich. Die Prinzessinnen stellten sich in der Schlange an. Ich habe es nicht rechtzeitig geschafft. Macht Platz für die Älteren. Du warst am Ende. Keine Scham, kein Gewissen. Das ist mir egal, die Kleinen können warten. Was ist das für ein Verhalten? Unerhört. Sie denkt nur an sich selbst. Was ist, wenn wir zu spät kommen? Nun, sie wird nicht lange brauchen. Die Schlange wird langsam ungeduldig. Wie lange kann man das machen? Hallo. Ich bin beschäftigt, sei still. Der Bus fährt ab. Aber wir durften nicht mitkommen. Der Stopp ist vorbei. Also gut, Wednesday, wir gehen. Oh nein, ich habe es nicht geschafft. Was, wir gehen? Warte auf die alte Dame. Oh, diese Oma. Nimm Schaumpapier und schneide es in Streifen. Flechte es zu einem Netz. Nimm eine kleine Soßen-Schachtel. Lege das vorbereitete Stück hinein. Es ist voll von Pilzen. Wessen Picknickkorb ist das? Die Prinzessinnen haben ihr Lager auf einer Wiese aufgeschlagen. Wie knutter Magen. Ich bin auch hungrig. Ich auch. Mädels, ich bin wieder da. Ich habe etwas zu essen gesammelt. Lasst uns über dem Feuer kochen. Hurra. Sind das Fliegenpilze? Willst du uns vergiften? Tut mir leid. Wer hätte gedacht, dass ihr keine Fliegenpilze mögt? Wer hat Hunger? Oma hat genug Essen für alle. Hier meine hübsche, willst du etwas Fisch? Ah, nein. Ich nehme mein Croissant. Burger zur Rettung. Fast Food. Schrecklich, das ist alles ungesund. Nimm etwas von Omas selbstgebackenem Kuchen. Nimm einen Heißklebestift. Schneide ein Stück ab. Decke es mit einem Deckel ab. Nimm ein Mückensprayetikett. Damit hältst du dir die Insekten vom Leib. Die Prinzessin liest gerade ihre Lieblingszeitschrift. Hey du, störe ich dich? Keineswegs, lass uns plaudern. Plötzlich ertönt ein Summen. Hast du das gehört? Ah, eine riesige Möcke. Keine Panik, ich habe Insektenschutzspray. Ich begieße mich von Kopf bis Fuß. Jetzt machst du mich. Die Mädchen sind geschützt. Die Möcke wird hungrig bleiben. Oh nein. Die Möcke kehrt zurück und trägt eine Atemschutzmaske. Ah, weg. Was für eine hinterhaltige Möcke. Zeit, den Müll rauszubringen. Warte, du hast den Apfel nicht sortiert. Oh nein, du hast mich erwischt. Lass uns die Tonnen aufstellen. Klebe die Recycling-Symbole auf. Stelle sie auf Räder. Die Mülltrennung hilft der Umwelt. Olaf, Zeit, den Müll rauszubringen. Ich mach's. Pass auf, dass du es richtig machst. Wo soll ich es hinstellen? So verwirrend. Ich weiß nicht, was wohin gehört. Papier, Glas, Glas. Ah, ich gebe auf. Aha, wir machen Müll, was? Nein, ich bin nur verwirrt. Was ist verwirrend? Glas, Plastik, Metall und Papier. Sortiere den Müll. Was? Wie auslegen? Plastik kommt hier hin. Metall in diese Tonne. Auf Wiedersehen, Papier. Ich glaube, ich hab's. Perfekt. Gut gemacht, Olaf. Nimm eine Plastikbox. Schneide entlang der Linie. Stelle ein kleines Tablett hinein. Dekoriere das Bad mit Blumen. Puh, starker Tee. Fülle das Bad mit den Resten. Das ist ein Schlammbad für die totale Entspannung. Zeit für ein wenig Selbstfürsorge. Oh, mein Lieblingsfriedhofstreck. Spinnenflecken. Fing, gib mir eine Kopfmassage, etwa so. Klopf, klopf, Wednesday, beeil dich. Wir brechen auf. Was? Sie lassen mich nicht einmal ein Bad nehmen. Alle warten auf Wednesday. Sie wird gleich hier sein. Okay, lass uns gehen. Hast du dem Schornsteinfeger geholfen? Ich habe ein Bad genommen, siehst du das nicht? Ähm, ja. Sieht nicht so aus, Schatz. Wir haben ein paar Kieselsteine gesammelt. Zeichne eine Landschaft. Eine tropische Insel mit Palmen. Bringe einen Magneten an. Das ist ein Souvenir von fernen Reisen. Oh, die Touristen kommen zu uns. Alle auf die Plätze. Lust auf eine coole Leckerei? Ja, ich will Eis. Welches wählst du? Das hier. Genieße den lokalen Geschmack. Wednesday hat sich mit der alten Dame angefreundet. Kauf Souvenirs. Einen Kühlschrankmagneten als Andenken. Prinzessin, denk nicht mal dran. Ich brauche es. Du hast schon einen. Es ist ein Symbol der Erinnerungen. Ich bin verärgert. Hm, was soll ich tun? Peach will einen Magneten kaufen. Warum kommandierst du sie herum? Hm, wenn er nicht hinschaut, nehme ich den hier. Ja, vielleicht hast du recht. Los geht's, ich bin bereit. Mario und Peach kehrten nach Hause zurück. Liebes hat dir die Reise gefallen? Auf jeden Fall. Ich bin begeistert. Und ich habe einen Kühlschrankmagneten als Andenken bekommen. Juhu. Nicht schon wieder. Hilf mir. Du verstehst es nicht. Es wird uns an unsere gemeinsamen glücklichen Tage erinnern. Ups, der Kühlschrank hat das Gewicht nicht verkraftet. Deine Magneten haben in diesem ungleichen Kampf gewonnen. Willst du mich schon wieder ärgern? Ich meine es ernst. Du bist einfach nicht sentimental. Sophia, willkommen bei Lali Lou. Wasch dein Gesicht. Zeichne neue Augen. Was für ein süßer Kerl. Zeit zum Umziehen. Es ist ein fliederfarbenes, flauschiges Kleid. Füge Muster hinzu. Der Waschbär brachte die Schleife und der Igel die Schuhe. Danke für die Krone, Vögelchen. Sophia sieht bezaubernd aus. Die Prinzessin genießt ihre Zeit. Plötzlich tauchte ein Rohr auf. Wohin führt das? Sophia hat sich im Pilzkönigreich wiedergefunden. Oh, wo bin ich? Pilze, Würfel? Wie seltsam. Mama Mia, bist du neu? Mach dir keine Sorgen. Ich werde dir alles zeigen. Oh, du bist so nett. Plötzlich. Piet? Was ist hier los? Mario? Hey, ich wollte Sophia nur helfen, es sich bequem zu machen. Lass uns gemeinsam eine Tour mit ihr machen. Eine Vorlage. Mache ein Pulli-Jeder. Eine Lieferung für Lalilu. Was ist da drin? Eine Menge Bleitonen. Mach Makronen. Dieser Behälter ist bis oben hin gefüllt. Das beste Geschenk für Naschkatzen. Peach klärt die Dinge mit Mario. Sophia beschließt einzugreifen. Sie hat einen Plan. Bediene dich, Prinzessin. Wow, Makronen. Mh, lecker. Stopp. Das ist für die Prinzessin. Gut, ich versuche es. Ups. Makarons mit einer Überraschung. Oh nein, schau. Ah, meine Haut. Isst diesen Pilz. Er wird dir helfen. Eine tolle Idee. Hier geht es besser. Selbst Süßigkeiten sind heutzutage gefährlich. Es ist ein geheimer Würfel. Und ein Strohhalm. Klebe den Boden. Fülle ihn mit Acryl. Füge Mützen hinzu. Inklusive des Behälters. Das ist eine helle Palette für mutige Experimente. Sophia geht in den Schönheitssalon. Ich will meine Haarfarbe ändern. Welche Farbe, Miss? Ich will aussehen wie Peach. Peach ist da. Interessant. Lass uns an die Arbeit gehen. Peach hat das Gespräch mitgehört und heimlich die Farbe auf grün geändert. Male die Stränge an. Hab Geduld. Du musst warten. Das war's. Ups, da ist etwas schief gelaufen. Ah, grüne Haare. Ein Abtraum. Mein Streich war erfolgreich. Hilalilu. Wollen wir den Look ändern? Klar. Wow. Ein neues Gesicht. Nimm den Behälter auseinander. Nähe einen Rollkragenpullover. Das ist der Deal des Jahrhunderts. Münzen von uns und ein Jumpsuit von dir. Wow. Lasst uns einen neuen Haarschnitt machen. Setz dir eine Mütze mit dem Buchstaben L auf. Es ist Luigi. Marios Bruder lerne ihn besser kennen. Die Prinzessinnen sind entschlossen. Er gehört mir. Wir sind zusammen glücklich. Ich liebe ihn auch. Auf keinen Fall. Mama Mia, ich habe eine Idee. Das ist mein Bruder Luigi. Er ist hübsch und sieht aus wie Mario. Schön, dich kennenzulernen, junge Dame. Ich muss der Dame gefallen. Ein Strauß. Toll. Das ist für dich. So romantisch. Wir haben ein neues Paar. Pete und Mario sind glücklich. Sein Plan ist aufgegangen. Nimm einen Würfel. Pils, mach dich an die Arbeit. Fertige eine Schaumstoffschachtel an. Füge ein Kissen hinzu. Ich habe Ringe mitgebracht. Haben wir zwei Hochzeiten vor uns? Der Pfeil führt nach oben. Spring. Auf den Wolken ist ein Tisch gedeckt. Ich verstehe gar nichts. Ist das ein Scherz? Überraschung. Der beste Ort für einen Antrag. Wollt ihr unsere Ehefrauen sein? Wie unerwartet. Willst du meine Frau werden, Schatz? Natürlich, Schatz. Ich bin auch eine Braut. Die Prinzessinnen vergleichen ihre Ringe. Hey, mein Ring ist kleiner. Tut mir leid, Schatz. Ich habe etwas übersehen. Das ist ein neuer Ring für dich. Deiner wird besser sein. Nein, meiner. Meiner ist größer. Sieht aus, als hätten sie es übertrieben. Die größten Diamanten aller Zeiten. Ihr Streit ist beugelegt. Die Mädchen sind zufrieden. Lali-Loo, hilf mir, mich für die Hochzeit fertig zu machen. Werde den alten Look los. Übertrage das Pild auf die Prinzessin. Beginne die Skizze. Es ist das perfekte Outfit. Der Brautschleier und eine Halskette. Unsere Braut sieht umwerfend aus. Die Paare feiern eine Doppelhochzeit. Wo sind unsere Bräute? Hab Geduld, Bruder. Der Pilz wirft Blütenblätter auf die Bräute und hält den Schleier. Endlich sind alle für die Zeremonie da. Ich erkläre euch zu Ehemännern und Ehefrauen. Ihr könnt die Ringe tauschen. Ich träume nicht. Der schönste Tag überhaupt. Den Strauß. Wirf den Blumenstrauß. Danke. Es ist soweit. Wer wird Glück haben? Oh, eine süße Kleine. Oh, wir brauchen eine Krone. Schneide die Schachtelvorlage aus. Die geheimen Kisten mit einer Krone, die sich in eine verwandelt. Die zweite Kiste ist auch hier. Die Pilze haben die Würfel gezogen. Die Paare machen ein Picknick. Die Prinzessinnen flüstern. Was haben sie vor? Keine Ahnung. Wir haben eine Überraschung für dich. Die Pilze haben die Kisten geschleppt. Für dich. Und das hier ist für dich. Interessant. Mama Mia, ich habe eine Krone. Wow, das ist eine Mütze. mal. Wie mache es? Ja. Wie habe ich aufbrush stehen? Können Sie mich noch ihm nicht so sch accomplish? Wie mache ich mich missionen? Kim? Warum bist du eigentlich nicht so? Auch wenn man das geschaut. Wirklich. Aku. Wirklich. Wie einfach remov различ, Wenn wir bei diesem Ding 거죠 vor плюсen. Wir linking euch ein Keuchen ussch. Das war's für heute. Füge zierliche Beine hinzu. Die süßen Träume sind garantiert. Die Kinder haben unter der Aufsicht ihrer Väter gemeinsam Spaß. Was ist los? Kannst du das riechen? Oh nein, Mama Mia! Wir werden Windeln wechseln müssen. Ich hab's gefunden. Die Väter haben sich ans Werk gemacht. In den Müll. Babysitten ist nicht einfach. Die Babys wollen schlafen. Das stimmt. Entspann dich, kleines Mädchen. Ich werde dich vor dem Schlafengehen füttern. Gut gemacht, Yoshi. Die Väter sind müde. Was für ein Tag. Ein glücklicher Tag. Mama wird aus der Entbindungsklinik entlassen. Der Hase hat den Platz des Babys eingenommen. Es wird ein bisschen eng für zwei. Der Kinderwagen ist in der Werkstatt. So ein süßes kleines Ding. Tauche den Künsel ein. Zeichne ein Auge. Ändere die Haarfarbe. Schneide einen Rock aus. Die Mutter zieht ihre Tochter in Armut auf, aber mit Liebe. Schatz, ist dir langweilig? Lass mich dir ein Märchen vorlesen. Lucky Clover unterhält ihre Freundin. Sei vorsichtig. Ah, warte. Der Hase benimmt sich ständig daneben. Die Kleine hat eine Seite zerrissen. Kind, hör auf. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Da seid ihr ja, ihr Schlingel. Es ist Zeit für uns alle, uns auszuruhen. So viele Missgeschicke. Kleines, eine neue Rolle wartet auf dich. Wasche das Gesicht. Konturiere neue Augen. Das sind wunderschöne Wimpern. Ändere die Haarfarbe. Ah, das sind weiche Stoffe. Probiere sie an. Eine magische Schere. Mache Ärmel und eine Schürze. Dekoriere sie mit einem Streifen. Das ist eine niedliche Schleife. Sophia ist ein Kleinkind geworden. Lass uns nach Hause gehen. Mama, ich will ein neues Kleid. Sieh mal in den Schrank, Schatz. Hm, aber hier gibt es nur eine Spinne. Ich habe eine Idee. Das Mädchen hat nicht aufgegeben. Hier ist der Haustier-Gassi-Service. Ich kümmere mich um deine Haustiere. Und hier ist der erste Kunde. Geh mit meinem Welpen spazieren. Mehr Menschen sind interessiert. Wow, okay, lass uns einen Spaziergang machen. Oh nein, wo wollt ihr denn hin? Wartet. Oh nein, die Hunde sind weggelaufen. Ups. Aber ich werde nicht aufgeben. Vorwärts, mein treues Ross. Ja, ja, ja. Eine echte Verfolgungsjagd. Ein Lasso. Puh, ich habe sie alle erfischt. Bitte renn das nächste Mal nicht weg. Oh, eine kleine Kiste. Lass sie uns ausleeren. Streiche sie schwarz an. Mache sie braun auf der Innenseite. Schlage einen Streifen ab. Wickele die Brust ein. Befestige einen kleinen Verschluss. Mach Halbperlen auf den Deckel. Oh, ein wunderschöner Anhänger. Könnte es ein Familienerbstück sein? Sophia ist auf den Dachboden geklettert. Hier muss es Spielzeug geben. Schauen wir mal. Oh, eine Truhe. Und was ist das? Puh, ein Anhänger? Das Mädchen legte den Anhänger an. Und es stellte sich heraus, dass er magisch war. Ich höre jemanden um Hilfe rufen. Ich werde dich retten, Kleines. Lass uns zurück in dein Nest gehen. Da bist du sicher. Die Vogelmama bedankte sich bei Sophia. Was für ein nützliches Geschenk. Das ist ein prächtiger Rahmen. Leih dir ein paar Spieße. Lege sie über Kreuz. Oh, das ist ein knäuel Garn. Befestige den Rahmen mit Garn. Dehne den Stoff des Drachens. Mach mehr Seiten. Es macht so viel Spaß, den Drachen steigen zu lassen. Sophia ging mit ihrem Luftdrachen auf die Lichtung. Puh, das ist zu hoch. Eine Windböe. Oh, der Drachen ist in eine Höhle geflogen. Oh nein, ich muss ihm nachgehen. Die Trolle spielen Fangen. Ich kann nicht runterkommen. Was sollen wir tun? Hilfe! Sophia läuft dem Drachen hinterher. Es tut mir leid, dass ich störe. Unser Freund steckt fest. Greif nach der Schlange. Es hat funktioniert. Der Troll ist sicher. Hurra! Danke, liebes Mädchen. Nimm diesen Rubin als Zeichen unserer Dankbarkeit an. Wirklich? Du bist so großzügig. Lass uns gemeinsam den Drachen steigen lassen. Sophia hat neue Freunde gefunden. Lali-Loo bereite mich auf den Dreh vor. Ziehen wir uns einen Umhang an. Machen wir zuerst den Haarschnitt. Wir stylen sie mit einem Lockenstab. Binde eine Schleife. Wunderschön. Und das Kleid? Wählen wir den Stoff aus. Dekoriere es mit einem Band. Das ist lebernder Stoff. Handbemalt. Mach Korsettvorlagen. Lass uns über sie streichen. Bring ein elegantes Ornament an. Falte die Teile. Das ist ein geeignetes Oberteil. Sophia ist zu einem charmanten Teenager herangewachsen. Wie schön. Sophia schläft tief und fest. Hey, wach auf Mädchen. Du wurdest an der Zauberschule angenommen. Was? Das sind ja tolle Neuigkeiten. Ja, ja, herzlichen Glückwunsch. Hier sind deine Schriftrollen. Darf ich mal gucken, was hier geschrieben steht? Ah, Zaubersprüche. Wow. Ich werde versuchen, einen Trank zu brauen. Lass uns die Zutaten hineingeben. Eine Prise Pfeffer. Und eine Spinne. Geschafft. Jetzt wird es Zeit, ihn zu testen. Warni, kannst du helfen? Das Haustier hat sich in Bowser verwandelt. Es hat funktioniert. Oh, oh. Lass uns das Experiment schnell wiederholen. Wow, ein feuriger Pegasus. Du bist wunderschön. Also ein letztes Mal. Halt. Sophia ist bereit für ihr Studium. Nimm gemusterten Stoff. Nähe den Hut. Nimm glänzendes Schaumpapier. Klebe die Ränder. Verziere den Hut mit Strasssteinen. Geschafft. Wow. Schneide die Stoffkante ab. Nimm den Stern vom Himmel. Das sind wunderschöne Krawatten. Sophia probiert das magische Outfit an. Asparados mentatus. Alle sind bereit für die magische Zeremonie. Wo ist der letzte Schüler? Tut mir leid, ich habe mich ein bisschen verspätet. Es ist okay, setz dich. Wie bequem. Hier sind dein Hexenmantel und dein Hut. Wow, das steht dir. Gehen wir ins Klassenzimmer. Wir beginnen mit der ersten Lektion. Das ist eine grundlegende Verwandlung. Es war eine Blume. Jetzt ist es ein Robin. Wiederhole das. Ich habe es geschafft. Ich auch. Ich bin dran. Ups, noch ein Versuch. Colorcus rubimcus. Es klappt nicht. Ich glaube an dich, Sophia. Merk dir die Worte. Yes. Colorcus rubinus. Hurra. Ruby. Ich bin eine echte Hexe. In ihrer Aufregung zauberte Sophia eine Dusche aus Kristallen. Wow, deine Fähigkeiten sind beeindruckend. Nehmen wir das Zubehör. Mache einen Ständer. Lass uns die Ponyfrisur einfangen. Wow, das sind Sterne. Bedecke die Tasse mit Vergoldung. Trage transparente Gelpolitur auf. Wer bekommt den Pokal des Derbysiegers? Das Pegasusrennen beginnt. Der Gewinner erhält den Hauptpreis. Ich werde der Erste sein. Also mein Pferd ist schneller. Wow, rennen. Da will ich auch mitmachen. Yes. Du bist ein Mädchen. Rennen sind nur für Jungs. Das werden wir ja sehen. Okay, Pegasus. Wie hübsch. Ich werde auf jeden Fall mitmachen. Jetzt wollen wir mal sehen, wer cooler ist. Auf die Plätze. Fertig. Los. Sophia ließ alle anderen hinter sich. Die Ziellinie. Und sie. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben eine Gewinnerin. Der Derby Cup gehört dir, junge Dame. Das ist ein wohlverdienter Sieg. Wähle einen Jungen. Es ist Zeit, sich zu verändern. Nimm den Stoff. Nähe die Hose. Sie lässt sich gut dehnen. Kreise die Schablonen ein. Halte dich fest. Danke. Das sind nicht genug Akzente. Schneide einen Streifen aus. Mach einen Kragen. Nimm eine Reihe von goldenen Knöpfen. Und eine glänzende Sonne. Das schwarze Öko-Leder wird zu Stiefeln. Mach eine Schleife um den Hals. Prinz James sieht einfach unwiderstehlich aus. Danke, Lallilu. Der Prinz ist gelangweilt auf dem Thron. Wie deprimierend. Eure Hoheit, die Prinzessinnen sind zu euch gekommen. Interessant. Lass sie rein. Wow, ein luxuriöser Palast. Zu geflügelt. Zu kalt. Zu rosa. Mädels, ihr seid alle wunderschön. Aber leider warte ich noch auf die eine. Es ist schwer, wahre Liebe zu finden. Wohin gehst du? Der Prinz ging auf der Suche nach seiner Geliebten in die Stadt. Vielleicht habe ich ja Glück. Ich will mich so fühlen. Was für eine geheimnisvolle Schönheit hat nach dem Abwehr gegriffen. Oh, ihre Hände haben sich berührt. Wie ist dein Name, schöne Frau? Sophia. Er gehört dir. Lass mich dich zum Schloss bringen. Das ist also Liebe. Nimm weißes Schornpapier. Umreiße die Blütenblätter. Benutze Draht. Nimm Blumen. Lass uns einen Strauß basteln. Wähle ein Band. Und eine Blume für die Ansteckblume. Nimm ein kleines bisschen Grün. Das ist ein charmantes Hochzeitsset. Der lang ersehnte Hochzeitstag. Wann wird die Theremonie beginnen? Ich kann nicht allein zum Traueraltar gehen. Wo ist mein Prinz? Wir müssen einen Strauß sammeln. Meine Prinzessin verdient die schönsten Blumen der Welt. Ich hoffe, sie mag sie. Und eine Knopflochblume für mich. Los. Liebling, es tut mir leid. Ich habe mit dem Strauß herumgespielt. Oh, Schatz, bin ich nervös geworden. Ich erkläre euch jetzt zu Mann und Frau. Oh. Ich liebe dich. Und ich gehöre dir für immer. Fang den Blumenstrauß. Ready? Go. Hier ist eine Überraschung. Die frisch Vermählten machten eine Hochzeitsreise auf den Pferderücken. Hier ist der goldene Kinderwagen. Das Baby versteckt sich. Der Körper ist lila. Ein Ebenbild des Vaters. Nimm strukturiertes Schaumpapier. Umreiße das Detail. Falte den Umschlag. Er hat eine Krone als Zeichen des Titels. Grün ist für ihren Bruder. Das sind nette Kinder. Die Eltern stillen ihre Babys. Schlaf, süß. Clover wird deinen Schlaf bewachen. Und wir gehen auf Geschäftsreise. Die Kinder haben sich gelangweilt. Die Scherzkekse ziehen das Kaninchen an den Ohren. Oh, ich werde um Hilfe bitten. Die Kinder sind total verrückt. Mit uns wird es dir nicht langweilig. Endlich sind die Kinder müde. Das Kaninchen trinkt Tee. Es ist mit den Schelmen fertig geworden. Schlaf, 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 schlaf Bis zum nächsten Mal.